Hallo Freunde wir spielen heute der Balls wenn das stimmt oder? äh ja wir sind wir sind wir sind beide in Team 3 genau das ist der Junge der Dschungel da und wir können euch später mal die IP durchgeben, falls ihr auch mal spielen wollt genau und jemand fragt mich ob ich in Team 2 komme No I'm Team 3 Troll äh der eben also wir spielen hier der Balls und es sind gerade mehr als 80 Leute drauf das heißt jedes jedes Ding hat glaube ich also ich sehe aber 25 jede Ecke 25 Spieler also wir müssen schnell reagieren, schnell Essen holen etc es fängt jetzt gerade in 30 Sekunden an also ich kenne der Balls noch nicht so genau ja es hat am Anfang noch Schilder für Kids halt ne zum auswählen und ah jetzt fangs nicht an oder was doch äh du musst halt ein Kid auswählen ich nehme immer der Boom etwas oder so komm schon fang an Player Quit Ficken ey es fangs nicht an wir müssen jetzt warten weil er auch gelästet ist ja es muss ich muss im 1 2 es ist uns 30 Sekunden schon 30 zum Kunden überleben ja Loll es ist ein Kollege von mir drin äh ich soll ich erst kann auch gerade bei der Aufnahme zu weißen warte ich ziemlich kurz rein er spielt gerade auch mit er ist nämlich auch ein Let's Player äh lol 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 ähm ich finde gerade nicht ah hier ist der äh to call so jetzt fängt sie dann bald an ich bin so ok jetzt ich hab drei Emorals ich würde der Boom Kit nehmen wenn ich dir wäre wieso das ist das so geil aber ich nehm glaubt nicht ne ich nehm Archer Kit ich liebe Wogen Wogen Mama Stork Kit Schatz ok er schaffe Wolf und 6 Knochen Super ich hab Wölfe mit denen kann ich andere zerhauen ich hole jetzt mal Holz schnell 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 ich hole Holz ich hole Holz hoch 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 das er wird ich also sich die Sol‎ die kurzem lächst hier ich schaust mich dran und du wirst die ganze Zeit holt zu gehen ja dort als ganz super älter riesenbaum er hat da gut drauf ihr seid in dem ein Team zu holen Hörschuhe also ja doch auch vor wir haben hier der Adersandro schon immer viel auf die Liste sehen welches Ziel bist du welches Ziel bist du zwei die zweite einfach nur ab blau mit mir nicht blau in gelb hier das andere einzelne Mitte konzert sein was sie in der als jetzt unser Gegner der wird sterben und was tun wir alle genutzt der vorhanden mit dem Weg kann ich eben die ganze Zeit gesteilt hat der und er geht er kann zu denen hinzufügen Prozent die Medien lief einfach den Kurs sonst wenn du nicht bei mir mit einer Aufnahme dabei sein willst Prozent des Problems ist ich hab gerade die ganze Zeit mit uns das ist auf scheiß auf ihn noch auf der Dächtigung er geht ja ich bin neben dir nimmst du nicht die Storben Lohmann du bist du bei mir um sich vor scheiße sie sind das sind manche Leute bei mir und sich bei uns von Kohl Bartelsche Päcki mal wechseln das steht hier ein wenig besser mit sich durch die ganze Welt geile da hinten war hat es was da hat es jemand da hat es nix dort auch nix da hat es nicht und jetzt zwei Wölfe machen Prozent ja ich habe gerade ein Problem ich sehe nix ich sehe nix meine ich jetzt nicht aber ich sehe durch die ganze Welt durch ich sehe die Blöcke nicht ja erst jetzt ladet er sich stück bei mir jetzt dort ein Baum Doma und da wollte ich meinen mein kleines Menschen werden aber du bist du und man wieso sehe ich dich nicht stirbt kleiner Scheißer sie sind ja schief dir schief dir das ist mein Hund das ist mein Hund das ist mein Hund der gilt nicht Lauf Max nein du hast mein Hund getötet ich hab drei Smaragde was kann ich mit dem machen keine Ahnung ich wieso sehe ich dich nicht das ist diese Aufnahme ist auch verkackt nice left the game da hoffen wir dass ich wieder reinkommen dass ich weiter spielen darf ja kann ich und wo bist du jetzt bist du immer noch bei mir nein ich bin beim fetten Riesenbaum wieso sehe ich dich nicht ich komme weil ich hinter dem Baum war ach da bist du aber jetzt sehe ich dich ja gar nicht endlich okay aber ich brauche jetzt ist er richtig weiter okay gut Prozent ich habe Kassel gemacht hat und gehen Roks zu spät hier inhaltlich kann man hier Mineralien finden oder sowas ja logisch wir müssen hier wir müssen jetzt schnell Prozent Eisen und Scheiß finden um zu feiten genau Klinian Sandro da killen hoch 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 ja ich weiß es ist mit uns das sind doch damit sie bei er ist mein auswähler der Wartmann nicht mein Mann Kraft und Tegler er sei heute die Mannschaft und Tegel zu ich hatte auch noch ein er hat das folgforschläge mit Kraft und Tegel zurück alter ich wollte ich traf es nicht mehr mit der Welt und Tegel weg ich wollte ich traf es nicht mehr mit der Welt und Tegel weg ich wollte ich traf es nicht mehr mit der Welt und Tegel weg Lass uns einfach hier in Ruhe bis zu zu Blüter da war es ich hasse so typen oder so wir sind schon blöd wir wollen bei jemand anders sein noch zehn Minuten entzündet es sind hier noch kommen zu sehen meist auch kräftig scheiß erst das spiel aber wenig juckt es steht ich habe die Zeit nicht gestellt wie viel ich glaube ich sagte mal auf fünf Minuten oder ungefähr richtig wie viele Minuten habe ich schon gespielt glaubst du ich sehe auch nix 5 10 30 Schuss noch vier Minuten hatte ich so leute aber es sieht wahrscheinlich gar nichts ich sehe auch nix wenn es das euch besser finden lässt und die Lecks gehen wirklich jetzt wird so auf die Eier also ich muss mir jetzt kurz Charcoal machen ich sehe ein wenig ich ich mache den Holstein steinschwert schutz h wollen wir sind einfach so voll scheiße spielen und einfach steinschwerten zu machen drauf gehen wenn es fertig ist und verletzt schon wieder auf das hat es hat mit dem Ex-Left ein schutz-Optionen-Ränder-Dissens-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch-Marsch ist die Welt nicht gelassen ich habe ich glaube ich bin ich habe es schon mal jetzt schafft hey ich will wieder aufs Fax gehen dann wird so weniger schießt Kirsten geht aufs Fax Großfax Kurs so wenig Lecks hat es auch wieder nicht Fakke hallo Loll Prozent Lufth du haltest bei mir gehabt den Riesen weißes Ding in der Hand das musste nach meiner Aufnahme schafft zu der Schale ich habe es waren die Spexpisse ja das hat wieder nehmen jetzt geht es nach mein Leben kann man den Grundstern aufbauen also wollen wir einfach so aggressiv machen wir diese Aufnahme so ist ein Schimmig scheiße wurde einfach so beschissen aggressiv machen einfach drauf gehen man hat dann steht ich habe ich einfach runter ist sie das geht auch Kross die letzte Stadt der Schalke Lala Lama Lama ich habe mich auch gefunden nörst ein Teil eines Minenschachtes im Ernst ist ja Zeit Schöpfer Köln ja ich hab Kohl gefunden endlich Fakten so auch nicht die Zerminenschacht bringt uns sehr viel oder ist kurz stein hier und nur das heißt jetzt er irgendwo siehst du dieses Stein ja ich hab's gesehen dass er sich wohl eingegangen da sei ein anderer mir hat sie irgendwann eingang und da hat sie mit Kiste drin mit etwas sehr wertvolles komm wir müssen den Eingang finden grabe ich einfach herum k Scheiß Legs gerade ich schaffte sich mal aus ich habe eine Dissens auf Tiny gerade dieser ist auf Tiny Schatz auf Tiny ok alte Pizze wieso sprachst du gerade aber Pizze Pizze Schildes 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 ok also jetzt wird es gerade wieder sagen Minecraft ist Crescent wetten wir wetten wir oder Minecraft ist run out of memory irgendetwas Pizze 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 kann ich jetzt weiter nicht zeigen Etienne prügelt aber gerade weiter und sei hier sieht man kurz einen kleinen Ausschnitt von meinen Build Server der ich mit ein paar Kollegen spiele und sogar hier ich packe jetzt Minecraft wieder ein wenig herum sorry Leute was wir eben tut mir leid ich hoffe ich krieg's geschissen Minecraft wieder zu funktionieren zu kriegen ja das ist jetzt halt ein kleiner Ausschnitt von was wir hier so in unserer Freizeit gemacht haben ja also tut mir leid leider tschüss 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 Tschüss